Einen wunderschönen guten Morgen zum dieswöchigen Market Roundup. Wir kommen aus der feiertagsbedingten Pause. Guten Morgen, Tom. Ja, guten Morgen. Bisschen stressig gewesen hier heute Morgen direkt. Sascha ist gerade nicht im Haus, sondern ist das alles immer so ein bisschen kompliziert, haben wir ja gesehen. Ihr habt uns ja, glaube ich, gerade eben schon gesehen. Tut uns leid dafür. Wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. Ich glaube, knapp 22 Minuten haben wir noch. Wir legen los sofort. Also, Rücksicht, wenn wir hinten ein, zwei Sachen überspringen werden. Aber was wir nicht überspringen werden, wir haben das größte Wahlkampfjahr in der Geschichte. Knapp 40 Prozent der gesamten Weltbevölkerung, also drei Milliarden Menschen wählen. Und die größte Wahl, was auch am größten in den Medien ist, ist der US-Wahlkampf. Die steht ja in einem Monat an. Und da wollen wir einen kleinen Blick drauf werfen, wie es mit der Volatilität, welche Partei, ja, unter welcher Partei läuft der Markt vielleicht am besten. Und wie sieht es vielleicht generell mit dem breiten Markt, mit dem S&P aus in den Präsidentschaftsjahren und davor und danach. Starten wir einmal rein. Mal auf die Präsidentschaftsjahren. Genau. Jetzt haben wir es. Los geht's. Ja, wir fangen an, haben hier mal was mitgebracht aus den Wettmärkten in den USA. Man kann ja in den USA gefühlt auf alles wetten und man kann tatsächlich auch auf die US-Präsidentschaftswahl in den USA wetten. Und hier sehen wir die Entwicklung des letzten halben Jahres und sehen vor allem jetzt hier in der Mitte den Bereich als Präsident oder der jetzige noch amtierende Präsident Biden aus dem, ja, aus der Rallye ausgeschieden ist, sich ausscheiden hat lassen und Kamala Harris eingetreten ist in den Wahlkampf und relativ früh auch im August dann die Führung übernommen hat. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, in den Swing-States war Trump dann doch wieder sehr stark. Da gibt es ja auch, wie wir uns in Deutschland umfragen und generell die Wettmärkte geben da ein relativ gutes Bild ab. Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir sehen aber zuletzt hat Trump, ja, dank den Swing-Märkten, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen die Oberhand gewonnen. Wir haben ja jetzt noch knapp einen Monat Zeit, knapp, nicht mehr ganz, bis zu den Wahlen. Also es bleibt sehr spannend und wir hatten ja auf der FINDO-Plattform schon so ein bisschen Ausblicke gegeben, wie, in welche Richtung es gehen könnte und welche Auswirkungen die, ja, die US-Wahlen tatsächlich dann am Ende haben auf die Märkte. Genau. Blicken wir noch einmal weiter und hier sehen wir quasi die Performance vor und nach dem Wahlkampf in den USA beziehungsweise nach der Präsidentschaftskandidatur. Und da sehen wir ganz schön einmal hier im Blau die Differenz quasi zum Average, zum durchschnittlichen Return und einmal zum Median. Im Grunde genommen sind es eigentlich zwei, ja, statistische Kennziffern, die fast das gleiche aussagen. Vor dem Wahlkampf, vor der Präsidentschaft sehen wir einen positiven Return oder deutlich überdurchschnittlich zum, ja, durchschnittlichen Mark-Return. Und dann am Stichtag, wo es dann quasi zur Wahl kommt und alles, was danach kommt, ist es tendenziell eher unterdurchschnittlich, die Performance. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was wir bis jetzt gesehen haben. Die Aktienmärkte, wenn wir uns alle erinnern, waren ja in den letzten, ja, sechs Monaten, wie wir es hier sehen oder auch jetzt in dem letzten Dreivierteljahr, was wir jetzt hier schon rum haben, waren ja sehr erfreulich. Besonders in den letzten Wochen mit den Zinssenkungen ging es ja positiv nach oben, sehen aber auch, das ist tatsächlich statistisch, also aus der Vergangenheit, die Zahlen zeigen, dass es tatsächlich, ja, wahrscheinlicher ist, tatsächlich, dass wir nach den Wahlen erstmal eine negative Phase sehen werden. Man muss dann natürlich immer auch immer wieder sagen, okay, das sind Vergangenheitswerte. Da kann man, da sollte man natürlich, genauso wie bei Aktienkursen oder bei Kursen generell oder dem Aktienmarkt, sollte man nicht auf zukünftige Renditen spekulieren. Aber hier eine interessante Betrachtung der, ja, vor, des Vorwahlkampfs oder des Wahlkampfs, der Wahlkampfszeit und der Zeit tatsächlich nach der, nach der Präsidentschaftswahl, in dem sich dann tatsächlich das, ja, das Parlament neu bildet und alles quasi, ja, die neuen Wege eingeleitet werden. Genau, hier haben wir nochmal eine Grafik, also wir sehen uns weg von der Performance vor und nach der Präsidentschaftswahl und einmal zu der Volatilität, also zum Wichs, der die Volatilität messt und quasi im Durchschnitt sehen wir eine Volatilität in den Wahlkampfjahren von, ja, 19,2 und umso näher man dem Wahlkampf oder der Präsidentschaftskandidatur kommt, umso volatiler wirkt es und danach schwingt es so ein bisschen ab. Genau, Tom. Ja, genau, wir haben ja hier die Volatilität, das heißt, wir haben hier nicht nur Ausschläge nach oben und unten, wie wir sie jetzt gerade auf der Grafik davor gesehen haben, sondern tatsächlich die Volatilität, das heißt, die einzelnen Bewegungen der Aktienmärkte über die, ja, letzten 1, 2, 3, 4, 6, 6 Wahlen und sehen tatsächlich, ja, wir sehen hier kurz vor den Wahlen ist es wieder sehr volatil geworden. Das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, da spielen natürlich unterschiedliche Faktoren, besonders jetzt bei der jetzigen Wahl entscheidende Faktoren, jetzt die Rate Cuts, das heißt, die Interest Rates, die gecuttet wurden von der FED auch in Europa, bringen natürlich Volatilität rein. Aber wir haben natürlich auch andere Themen, die momentan den Wahlkampf und die globale Wirtschaft beschäftigen. Genau, dann blicken wir noch einmal weiter. Super überleid, würde ich sagen. Das ist einmal, was uns ja letzte Woche besonders stark bewegt hat, das ist einmal die Ölbewegung und Tom, vielleicht kannst du nochmal erklären, woher das kommt, das hat ja einen Ursprung im Nahen Osten, in dem Konflikt, der sich immer weiter zuspitzt, genau, gibt es da vielleicht mal einen Konflikt. Der jetzt seit knapp einem Jahr, gestern war da ja, oder ja, in der letzten Woche war da ja tatsächlich, oder ja, diese Woche war da ja der unschöne Jahrestag, will ich es mal nennen. Und wir sehen hier so ein bisschen die Problematik mit dem Nahostgebiet. Wir sehen hier einen hohen Anteil der Exporte sind hier tatsächlich Öl, Gas oder weiterverarbeitete Produkte aus der Öl- und Gasindustrie, was natürlich jetzt so ein bisschen, man sieht das jetzt gleich, hier haben wir ja auch nochmal einen Chart mitgebracht für den Ölpreis, die Angst schürt, dass dieser Konflikt im Nahost weiter ausbricht. Wir sehen hier tatsächlich besonders die Saudi-Arabischen Staaten und die Vereinigten Arabischen Emirate, die natürlich große Öl-Produzenten sind in der Region und die bei einer möglichen Eskalation des Konflikts im gesamten Nahostgebiet natürlich Fördermengen einstampfen könnten, das heißt kürzen könnten, Fördermengen ausweiten könnten und das ist so ein bisschen gerade die Gefahr, ja, die so ein bisschen mehr Realität geworden ist über die letzten Wochen und wir sehen das mal gerne einen weiter, auch an dem Öl-Chart. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass wir da eine gute Performance hatten des Öls in der letzten Woche, aber sag du gerne mehr darüber. Genau, wir sehen hier eine V-formige Erholung, wie Tom schon gesagt hat, diese Zuspitzung des Konfliktes hat primär Brennöl, also Brennöl ist quasi das Nordseeöl, was in der Nordsee gefördert wird. Es gibt ja tendenziell WTI und Brenn, Brenn hat, also generell Öl hat profitiert, aber Brenn besonders stark, einfach durch die geografische Nähe und dadurch, dass man davon ausgeht, dass vielleicht potenziell die Fördermengen gesenkt werden, davon hat die Öl- und Gasbranche natürlich profitiert, die Ölkonzerne, die das Öl aus dem Boden holen und natürlich dann auch der Rüstungssektor. So, kommen wir nochmal zurück auf den Chart, man befindet sich so auf den Hochs vom September und man sieht hier die schöne V-formige Erholung und an den Tagescharts, die einfach weiterhin blau sind, ja diesen deutlichen Ansprung an Öl, der quasi durch den Konflikt oder die Zuspitzung kommt. Ja, und es gibt da natürlich deutliche Risikoaufschläge, die haben wir jetzt gesehen, auch mit der Problematik der Transportwege. Wir haben da natürlich auch wichtige Transportwege, die in der Region verlaufen. Wir haben das jetzt im vergangenen Jahr gesehen, als Handelsschiffe angegriffen wurden tatsächlich in den Wasserregionen, besonders aus dem Jemen heraus. Das sind natürlich alles Risiken, die jetzt besonders sich im Ölpreis widerspiegeln. Genau, blicken wir dann einmal auf das Marktupdate und da gibt es nicht allzu viel Neues, ehrlicherweise. Wir sehen, der Aufwärtstrend ist immer noch intakt. Wir kommen hier von einer, ja, umgedrehten V-Formation. Hier hat sich ein Top gebildet, da bei den All-Time-Highs ist man quasi runtergegangen, dann hier in diese V-formige Erholung. Der Aufwärtstrend ist intakt. Auch hier die Zuspitzung des Nah-Ochs-Konflikts hat so ein bisschen, ja, den Axt, den DAX runtergedrückt. Wir sehen zudem, ja, die weitere Belastung im Automobilsektor. Da werden wir gleich in den Aktien-News drauf noch eingehen. Este Martin hat eine Gewinnwarnung oder eine generelle Absenkung der Jahresprognosen verkündet, sowie auch Stellantis, ein großer, ja, Vielmarkenkonzern. So wie gestern, Tom, willst du nochmal was dazu sagen, gab es schlechte Konjunkturerwartungen bzw. eine schlechte BIP-Prognose? Ja, wir haben gestern, Wirtschaftsminister Habeck hat gestern die Prognose für das BIP-Wachstum, also für das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, nach unten abgesenkt. Wir sind von 0,3% Wachstum auf eine Schrumpfung des BIPs von 0,2% zurückgegangen. Und das sieht man tatsächlich, wir sehen das hier im Aktienkurs natürlich auch. Und wir sehen natürlich auch so die Verbindung der Aktienmärkte und tatsächlich der Anleihenmärkte. Wenn wir mal auf die nächste Grafik gehen, sehen wir tatsächlich, die Bundesanleihe hat auf der anderen Seite, wir haben gesehen, gerade Aktienmärkte haben ein bisschen nachgelassen. DAX zuletzt mit 1,6% im Minus in der letzten Woche. Auf der anderen Seite die Bundesanleihen, die 10-Jährigen, die natürlich dort dann profitiert haben, was natürlich auch so ein bisschen mit den Arbeitsmarktdaten in den USA zusammenhängt, oder? Genau, wir haben deutlich positivere Arbeitsmarktdaten in den USA gesehen, die so ein bisschen auf die asiatische Märkte, werden gleich nochmal darauf zurückkommen, und auf den DAX und die natürlich die Anleihenrenditen niedergepastet sind, weil da haben wir natürlich das inverse Verhältnis. Die Anleihenrenditen steigen, wenn quasi weitere Zinssenkungen oder geringere Zinssenkungen unwahrscheinlicher werden. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, das die FED uns geliefert hat. Man sieht, Arbeitsmarkt ist stabil und dann auch so ein bisschen natürlich die Wirtschaft. Und dann wird man halt weniger stark die Zinsen senken. Und das hat die Anleihenrenditen, sei es jetzt in Deutschland, aber auch in den USA, wir werden es gleich nochmal sehen, in die Höhe treiben lassen. In den USA war es nochmal deutlicher, was wir gleich auch sehen. Genau, lass uns mal einen weiter blicken. Was letzte Woche hat uns natürlich auch bewegt, der Dog Worker Strike, also die Hafenmitarbeiter, die gestreikt haben. Dann war natürlich die Frage, schlägt sich das auf die Frachtraten und damit auf die Inflationen wieder? Die USA ist ja eine große Ex- und Importnation, generell die größte Volkswirtschaft. Und da hatte man einfach so ein bisschen die Risiken, ja, wird sich das wirklich tendenziell auf die Inflationen jetzt niederschlagen? Tom, sag uns doch vielleicht mal was zum Ausgang. Ja, so ein bisschen, das war, also die Gefahr war ja so ein bisschen, wir hatten das ja, ich glaube, vor zwei Jahren war das, glaube ich, schon im Suezkanal gesehen, als da tatsächlich Handelsrouten unterbrochen waren. Und jetzt hat man, dann damals hat man ja tatsächlich gesehen, was das auch für Auswirkungen auf die Lieferketten und am Ende auch auf die Inflation hat. Und es stand so ein bisschen die Gefahr im Raum. Wir sehen das hier, welche Häfen denn tatsächlich betroffen waren. Und wir sehen, das sind tatsächlich einige, besonders an der Ostküste der USA, das heißt besonders der Handel mit Europa und Afrika, wäre dadurch beeinträchtigt geworden. Wir haben da aber eine relativ schnelle Erholung gesehen. Man hat sich geeinigt auf Gehaltserhöhungen für die Hafenarbeiter. Die Gewerkschaften konnten sich dort einigen, sodass, ja, der Betrieb weiterging, würde ich einfach sagen. Weiterging, wir hatten einen Stopp von knapp einer Woche, hätte ich jetzt fast gesagt, weniger als einer Woche, sodass dort die Auswirkungen noch nicht so groß waren, dass man sagt, okay, die Lieferketten sind jetzt tatsächlich langfristig gestört. Natürlich hat man da einen Stau, wie man es auch aus den Bildern der Nachrichten vielleicht so ein bisschen kennt, mit den Schiffen, die sich vor den Häfen stauen. Aber die langfristigen Auswirkungen, negativen Auswirkungen konnten da nochmal abgewendet werden, sage ich mal. Genau, das zweite zentrale Thema letzte Woche an den Märkten waren ja die positiven Arbeitsmarktdaten. Also es wurde mehr Lohn, die Lohnerhöhungen sind stärker gewesen, es gab weniger Arbeitslose und es wurden mehr neue Jobs am Ende auch geschaffen, was natürlich wieder auf diese Zins, geringere Zinserwartung sich niederspiegelt und so ein bisschen, wie gesagt, Anleihen getrieben hat. Also die Renditen sind gestiegen und die Märkte wurden dadurch natürlich so ein bisschen runtergedrückt, dadurch, dass halt geringere Zinssenkungserwartungen jetzt im Markt herrschen. Aber geh vielleicht nochmal genauer auf die Statistik ein. Ja genau, wir haben jetzt zwei Statistiken von der US-Regierung rausgegeben. Auf der linken Seite haben wir die Employment Rate oder Unemployment Rate, das heißt die Arbeitslosenquote, die tatsächlich jetzt bei knapp 4% liegt und die Non-Farm-Payroll-Employment, das heißt die neu hinzugefügten Jobs, die nicht in der Landwirtschaft sind. Und hier zeigt sich, ja, dass die USA doch relativ resilient waren, jetzt im letzten Monat und besonders resilienter als erwartet, sodass man jetzt natürlich, wir haben das eben bei den Bundesanleihen gesehen, dass die deutlich gestiegen sind. Wir sehen das gleich auch noch bei den Anleihen in den USA, den 10-Jährigen, dass die deutlich gestiegen sind. Das heißt, die Wirtschaft ist sehr stark und die Erwartung der Märkte ist jetzt so ein bisschen okay, wenn die Wirtschaft in den USA so stark ist, wenn wir die niedrige Arbeitslosigkeit haben und tatsächlich neue Jobs, ordentlich neue Jobs hinzufügen, wir sehen hier fast über 250.000, die da hinzugefügt wurden, dann benötigt es tatsächlich nicht so viele Leitzinskürzungen, sodass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, da die Wirtschaft ja tatsächlich noch im Schwung ist, so wie es jetzt gerade aussieht. Genau, mit Blick auf die Zeit, lasst uns nochmal kurz auf dem S&P werfen. Wir sehen hier so eine leichte Konsolidierungsphase, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir sehen hier zweimal so eine leicht verschobene W-Formation, was ja tendenziell ein bullisches Signal ist. Man notiert hier leicht unter den gleitenden Durchschnitten, also hat hier einen starken Widerstand und einen Widerstand natürlich vor Juli, im August aufgesetzt hat und dann hier vielleicht oder im September nochmal. Also der S&P relativ, ja, ein bullisches Signal, Zinssenkung, haben so ein bisschen die Märkte gedrückt. Wir sehen es ja an der letzten roten Kerze. Generell muss man sagen, der Marktpreis zwei kleine Zinsschritte ein, genauso wie es quasi die Fed vorhergesagt hat. Das zum S&P. Blicken wir noch einmal auf die 10-jährige US-Treasury, also das Pendant zur Staatsanleihe in den USA. Und hier haben wir einen deutlich größeren Sprung gesehen. Wir sind hier beim Boden bei 3,6, haben wir stärker verharrt. Dann gab es hier so eine leichte Konsolidierungsphase. Man ist durch den ersten Widerstand durchgebrochen, auch nachhaltig. Dann gab es hier diesen großen Sprung, mal kurz über diesen 4 Prozent, genau aus dieser Arbeitsmarkt-Termarkt, die wir gerade besprochen haben und verharrt jetzt hier bei der nächsten Unterstützungslinie, wo der Kurs so aufsetzt. Generell muss man sagen, ja, wir haben eine normale Zinsstrukturkorps wieder. Von einer Invertierung sind wir ja in eine normale wieder zurückgegangen. Weitere Zinssenkungen und wir sehen diese Woche, wir werden es später nochmal sehen, bekommen wir neue Inflationsdaten aus den USA und die werden natürlich auf die weitere Zinsentwicklung massiven Einfluss nehmen. Gucken wir noch einmal auf den Dow Jones. Ja, tatsächlich ähnliches Bild wie schon beim S&P 500. Tatsächlich auch hier wieder die Arbeitsmarktdaten, die jetzt zuletzt belastet hatten, sodass wir dort tatsächlich in der letzten Woche doch auch negativ sind. Hier to date sind wir aber noch im positiven Bereich. Wir haben mit Dow Jones natürlich so ein bisschen mehr die Industriewerte. Das heißt, sie sind deutlich, nicht deutlich schlechter, aber die sind dann doch weniger zinsanfällig, aber natürlich in diesem Jahr auch deutlich weniger Rendite eingefahren worden. Genau, blicken wir noch einmal auf den Nasdaq, Tom. Ja, Nasdaq natürlich so ein bisschen technologielastiger. Auch hier haben wir jetzt die Arbeitsmarktdaten gesehen, sodass wir dort auch wie in den beiden anderen Märkten einen Abschwung gesehen haben in der letzten Woche. Hier natürlich mit 1,4 Prozent ein bisschen stärker. Wir sehen aber hier auch den Aufwärtstrend, sind aber tatsächlich auch noch unter den All-Time-Highs, die wir ja tatsächlich vor etwas längerer Zeit erst schon gesehen haben. Ja, genau, rein aus charttechnischer Brille sehen wir auch hier immer schön diese V-förmige Erholung. Hier natürlich dieses Japan-Debakel, wo die Kurse massiv eingebrochen sind. Aber man erholt sich immer wieder mit neuerem, höheren Hoch quasi aus diesen V-förmigen Erholungen und sind hier aus charttechnischer Sicht auch an einem wichtigen Widerstandspunkt. Sollte man durchbrechen, kann sich der Kurs hier vielleicht möglicherweise hier oben konsolidieren. Seit August ist der Aufwärtstrend intakt und wir werden sehen, wie es sich da weiter bewegt. Hang Seng, Tom. Ja, Hang Seng, wir haben das ja mitbekommen. In der letzten Woche gab es da ja tatsächlich das Konjunkturprogramm, in dem viel Geld in die Immobilien- und Aktienmärkte geflossen ist. Jetzt wurde zuletzt diese Rallye so ein bisschen abverkauft. Wir haben eine negative Performance auf Wochensicht von 5 Prozent. Man sieht das ganz leicht da oben mit der roten Kerze, die wir jetzt in der letzten Woche gesehen haben. Man ist natürlich trotzdem noch auf sehr hohen Niveaus, hat sich sehr schön durch diese Injektion, Kapitalinjektion des Staates erholen können. Besonders auf Jahressicht ist man natürlich jetzt besonders auch vor den US-Indizes und so ein bisschen der Best-Performance im Markt. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist das? Der Staat hat jetzt tatsächlich heute Morgen, also der chinesische Staat hat heute Morgen wieder weitere Ausgaben und Investitionsprojekte angekündigt. Es soll dabei nicht mehr um Kapitalinjektionen gehen, das heißt, es soll nicht mehr direkt Kapital fließen, sondern es geht hier eher darum, die internationalen Investoren so ein bisschen anzulocken, wieder in den chinesischen Immobilien- und Aktienmarkt reinzubringen und dafür so ein bisschen die Schranken zu senken, die Hürden zu senken, sodass die einen besseren Einstieg haben. Genau, hier vielleicht noch mal ein Blick auf die Chart nicht. Wir sehen hier diese Keilformationen und die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich immer auch in den Kursen. Man ist auf jeden Fall deutlich rausgebrochen, hat den Widerstand hinter sich gelassen, ist viel Momentum drin. Auf Wochensicht haben, wie gesagt, nachdem die Hongkonger Börse ja wegen der chinesischen Feiertagswoche zu war, viele Gewinnmitnahmen, deswegen leichtes Minus. Man ist hier durch diesen Widerstand durchgebrochen, aber dann natürlich hat man hier diesen starken Abverkauf gesehen. Es ist viel Bewegung und Momentum in dem Wert drin und wie ist es noch im Nikkei? Ja, im Nikkei, da hatten wir ja den tiefen Einbruch gesehen. Die Unternehmen erholen sich jetzt im Moment so ein bisschen, wir haben den schwachen Yen, der da natürlich so ein bisschen mithilft und natürlich auch die Nähe zum asiatischen Markt, zum chinesischen Markt, in dem natürlich jetzt sehr viel Bewegung zuletzt war und natürlich auch so ein bisschen die Euphorie jetzt gerade herrscht. Es steht viel Kapital der Regierung zur Verfügung, sodass natürlich auch andere asiatische Staaten, wie zum Beispiel Jafan hier mit dem Nikkei, davon profitieren können. Und es scheint jetzt ein bisschen ein Abwarten stattzufinden, dass man schaut, okay, wie wirken sich tatsächlich diese Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung auf den asiatischen Raum, auf den chinesischen Raum, aber besonders auch auf den asiatischen und am Ende auch auf den japanischen Markt aus. Genau, hier vielleicht noch marktintern. Wir haben schwächeren Yen gesehen, also eine Abwertung ist ja meistens immer positiv für die Aktienmärkte, dadurch, dass die Unternehmen, die in Yen bilanzieren, größeren Gewinn von diesen großen Exportunternehmen, von den großen Chipunternehmen machen durch diesen Wechselkurs, der quasi sich positiv aufwirkt. Zudem sehen wir eine weitere lockere Geldpolitik. Es gab ja einen Ministerpräsidentswechsel in Japan, wo man sich gefragt hat, ja, wird es jetzt eher eine, wird es weiterhin locker sein, die Geldpolitik, also expansiv, oder ist man doch restriktiver? Man hat seit Längerem auch Probleme mit der Inflation. Man will weiterhin die Geldpolitik jetzt ein bisschen expansiver lassen. Und man hatte zudem letzte Woche Rückenwind von positiven Konjunkturdaten, die zumindest auf so eine leichte Erholung der japanischen Wirtschaft hindeuten. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Bis zum nächsten Mal.